Rathirati Govinda, Govinda Ravade, Rathirati Govinda, Govinda Ravade. Hallo, willkommen. Danke, Sudevi, für diese Invitation. Danke für die Einladung. Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Es ist nicht das erste Mal. Ich bin jetzt schon ein Stammgast. Ja, ja! Und was wirklich besonders ist, dass ich ungefähr die Hälfte von euch kenne und eure Gesichter wieder erkenne. Manche von euch haben die Yoga-Klasse eben verpasst. Es war sehr schön. Er hat nämlich nicht mehr. Und, yes, to keep, to open my mind. Um mein Geist zu öffnen. Und es wurde auch mit Live-Mantra begleitet. Und dann hat Sudevi über Freundschaft gesprochen, genau wie sie es eben auch getan hat. In der vedischen Sichtweise sind Beziehungen zueinander auf einem anderen Kontinuum. Es gibt unterschiedliche Kategorien und das beginnt von einem Unbekannten bis zu der Liebe zu Gott. Die partnerschaftliche Liebe hat eine sehr hohe Stellung. Die Liebe zwischen Ehefrau, Ehemann, Partner, Partnerin, natürlich auch alle Geschlechter oder eben auch Freunde. Yes, and that's what I was coming to. So the next very high up is friends. Genau, und kurz danach kommen Freunde. So in the scale of relationships, friendship is on the continuum of love. In dieser aufsteigenden Sequenz ist Freundschaft auch auf einer sehr hohen Stufe direkt nach der partnerschaftlichen Beziehung und Liebe. As you know, I'm sure you know, that's why you're here. It deepens throughout a lifetime. Und wie ihr wisst, ist es so mit der Freundschaft, dass sie sich über das Leben hindurch immer weiter vertieft. And I feel that with my friends here in Metten and others of you, it's happening every time I come here. Und ich fühle das auch jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, mit meinen Freunden hier in Metten. So we're going to talk about Um. We began our yoga session with Um. We ended the yoga session with Um. What are we talking about? Um is actually a word. Some people think it's a symbol. Yes. It's a word in Sanskrit. Das ist ein Wort in Sanskrit. It has three parts. Und das besteht aus drei Teilen. This is... And I've always thought it looks like a mouse with a hat on. Und ich dachte mir, es sieht aus wie eine Maus mit einem Hut. Also, ist das besser? Oh, es ist besser. Also, it's a clearer one. So a sweet mouse, I always thought, with a sort of top hat on. Ich dachte, es sieht aus wie eine suche Maus und die hat so eine U3. This part, this part, that looks like three. Ach, das sieht aus wie eine Drei, Entschuldigung. That is Ü in Sanskrit. Und das bedeutet Ü in Sanskrit. When we add this little tail, it becomes a diphthong. It becomes Au. Und wenn dieser kleines Schwänzchen dazu kommt, dann wird das zu Au. And then the hat. Und das Hütchen. That goes through the nose. Das wird dann ein nasaler Klang und der ist Oh. So, if you read it in Sanskrit, it's Aum. Also, wenn du es in Sanskrit liest, bedeutet es Aum. And it becomes Aum, a bit more elegantly. What spot? The spot is the dot on the top, which makes the nasal sound. Der kleine Punkt macht den nasal. So, there's no real M in Sanskrit, but on the end of a vowel, you put the dot and then it becomes a M. Es gibt kein M, aber wenn man dann eine Punkte am Ende da drauf macht, dann wird es zu dem M. So, it's a word, it's a word, but a very strange word. Es ist ein komisches Wort. It's a word and a sound. Es ist ein Wort und ein Klang. I guess all words are sounds. Ich würde mal sagen, alle Wörter bestehen aus Klang. But this word has a very special status as a sound. Aber dieses Wort hat einen ganz speziellen Status als Klang. And a special status has a word, too. Und auch einen speziellen Status als Worm. It's not a word like tree or cat. Es ist nicht so ein Wort wie Baum oder Kasse. We usually identify a word as something that gives us meaning. Normalerweise definieren wir etwas als Wort, wenn es eine Bedeutung gibt. It refers to something. Oder wenn es sich auf etwas bezieht. So I say to you tree. Also ich sage zu dir Baum. And you understand this thing with the wooden bottom and the green top. Und dann denkst du an dieses Ding mit dem Holz, mit dem Fuß und dann mit dem grünen oben drauf. So it gives meaning. Also es gibt eine Bedeutung. What meaning does the word um give us? Was für eine Bedeutung gibt das Wort um uns? There's of course lots of discussions about this. Gibt es natürlich ganz viele Diskussionen drüber. But my position is that it means nothing. Meine Position dazu ist, dass es gar nichts bedeutet. It means nothing, which means that it means everything. Und das bedeutet, dass es nichts bedeutet, weil es alles bedeutet. It's the word that means there is meaning. Es ist das Wort, was bedeutet, es gibt Bedeutung. Hier, when we say om, we say we inhabit a place that has meaning. Wenn ich om sage, dann bedeutet es, ich befinde mich an einem Platz, der Bedeutung hat, der bedeutungsvoll ist. Also wenn wir vor der Yoga-Klasse om chanten. Dann bedeutet das, dies hier ist ein Raum und dies ist ein Event, wo Bedeutung kreiert wird. Es ist eine Affirmation, dass wir die Möglichkeit haben, Bedeutungsvolles in unserem Leben zu leben. Das ist das, was es für mich als Wort bedeutet. Aber viel interessanter ist der Klang. Was ist das für ein Klang? Ich wollte euch gerne zum Lachen bringen, als ich gesagt habe, das ist der Klang von nichts, aber es ist natürlich mehr. Was wir sagen können, ist es nicht etwas, was den Klang kreiert. Wenn wir om singen, dann wiederholen wir nicht ein Lied, was uns jemand vorgegeben hat. Om ist der Klang des Universums, wenn alles andere still ist. Wir haben über Om schon seit tausenden von Jahren gesprochen. Wise men and women have been meditating and focusing and clearing their thoughts. Warum haben Männer und Frauen sich schon seit ewigen Zeiten auf diese Silbe fokussiert und ihre Gedanken dabei geklärt? Und dann haben sie tief zugehört. Und was sie gehört haben, war dieselbe Om. Es ist der Klang des Universums. Das Universum ist nicht ruhig. Das Universum sagt nicht etwas Spezielles, aber es ist auch nicht still. Und genauso wie das Wort, das Wort der Worte ist, so ist auch der Klang, der Klang der Bedeutung hervorbringt. Was passiert, wenn wir physisch singen Om? Was passiert, wenn wir auf eine physische Art und Weise um singen? I'm not a speech, what do you say, speech pathologist. A speech expert. Ich bin jetzt nämlich nicht jemand, der OPD oder sowas studiert hat. Aber wenn wir om chanten, dann öffnen wir alles. Wir machen den Innenraum für unseren Mund. Wir öffnen auch die Kehl, den Kehlraum. Wir öffnen auch die Lungen. Und was ist der Effekt davon? Der tiefste innere Teil von unserem Körper öffnet sich dem Universum entgegen. Es ist der tiefste, der tiefste Ort des Zusammentreffens von unserem Körper mit dem Universum. Das ist auf der physischen Ebene. Und wenn wir om chanten, dann fühlen wir etwas. Nicht ein Blatt der Lichtblitz, aber wir fühlen eine Öffnung. Wir fühlen vielleicht keinen Lichtblitz, aber wir fühlen eine Öffnung. Eine Öffnung der Sinn und eine Öffnung der, was ich möchte sagen, der Möglichkeiten. Eine Öffnung hin zu einer Bedeutung und zu einer Bedeutung und zu einer Bedeutung und zu einer Bedeutung. Es ist Energie. Wodurch wird der Klamm transportiert? Das heißt, es wird eine Welle. Waves. Sound waves. Waves. Ah, okay. So, wenn Vandana spricht into this electronic device, the energy from her breath vibrates a mechanical thing in here, which transmits electricity there, and so on and so forth. Also, wenn ich hier ins Mikro reinspreche, dann überträgt sich da Energie, und das vibriert dann in meinem Körper und Wellen. Richtig Wellen, das ist richtig physikalisch. In der Physikunik hat man das gelernt. Ja, genau. Danke. Sound is in waves. Der Klang bewegt sich in Wellenformen. Und wenn Vandana spricht higher, the waves are closer together. Und beim Singen sieht man das, dass die Wellen irgendwie länger werden oder dichter. Did you want to say something? You look like you were burning with... Oh, I'm off with me like this. Maybe you want to sing. Even newer science has taught us that magnetism, radio waves, is also in waves, obviously. Auch die neuen Wissenschaftler sagen auch, dass der Magnetismus oder Radiowellen, dass das auch in Wellenbewegungen sich überträgt. So, most of you are old enough to remember radios. Ja. Not all of you. Einige von euch sind alt genug, dass sie sich an traditionelle Radiogeräte noch erinnern können. Und how does that music or the news broadcast come to us? Through waves. Und diese Musik und Nachrichten, die kamen durch Wellen zu uns. The waves carry the energy. Die Wellen, die transportieren Energie. Und in der vedischen Wissenschaft und Philosophie. Which, in my opinion, are completely in connection with western science. Incompletely. Completely. Kompletely. Und die, in dem Fall, ist, kommt vollständig überein mit der westlichen Wissenschaft. Waves transfer the energy of feelings. Of soul. Werden auch die Energien der Seele durch Wellen übertragen. Ja. Und der Gefühle. Ja. So you could say, from a vedic point of view, man kann vom vedischen Gesichtspunkt aus, dass dieses ganze Spektrum von Wellen, from the waves on the sea, maybe, wir könnten von den Wellen im Meer sprechen, to the lowest waves of the voice, zu der tiefsten Welle der Stimme, and the higher, soprano waves, which are getting higher, und dann eine höhere Stimmlage wie sopran, and then come the radio waves, and then come the electromagnetic waves, and then come the light waves, and then come the light waves, this is controversial, but let's move on, and then come the spiritual waves. That the energy that carries our thoughts and feelings and our inner soul is also wave-like. Das ist also diese Energie, die unsere Gedanken und unsere Gefühle transportiert, auch die gleiche Form einer Welle. So we can go back to the model of our Deovandana, speaking into the microphone. Also nochmal, ich spreche jetzt hier gerade ins Mikro. Let's go back. We went from her lips to the microphone, to the electricity, to the speaker, but let's go back one step. Also wenn wir jetzt den Weg rückwärts gehen, vom Mond ins Mikro zum Lautsprecher, und jetzt rückwärts. There's an intelligence, and there's a feeling in her heart and mind, which tries to understand me, formulates a thought, moves the muscles of her lungs and lips, and makes a vibration of air. Also da gibt es die Intelligenz, die versucht, ihn zu verstehen. Und dann gibt es eben auch Wellen von Gedanken, die sich dann eben fortsetzen. It's one energy source, all the way from her heart, sorry to be so personal, all the way from her heart, out the mechanical, terrible speaker. Also es ist eine Bewegung vom Herzen über die Übertragung in den Lautsprecher. It's a continuity. Es ist ein Kontinuum. We know there are brain waves. Wir kennen die Gehirnwände. We know there are heart waves. Und wir kennen auch, dass es Wellen vom Herz gibt. All of these are part of the same energy. All of them are in one bundle contained in all. Alle sind Teil der gleichen Energie und sie sind in einem Bündel in Ohm enthalten. It's hard to exaggerate how much the world is energy. Es ist gar nicht möglich, so zu übertreiben, aber wie stark tatsächlich alles in der Welt aus Energie besteht. Energy obviously makes the lights come on, it makes the candle burn. Energie macht, dass das Licht angeht, dass die Kerze brennt. Macht, dass die Planeten sich drehen. Es hält die Atome im richtigen Platz, in so einem Holztisch hin. Und noch wichtiger für uns ist, dass sie uns fühlen lassen, was wir fühlen. Warum fühle ich, was ich fühle? Und warum weiß ich, was du fühlst, nur dadurch, dass ich dir in die Augen schaue? Wie kann ich das wissen? Wie kann ich das sehen? Just in your eyes. Nur dadurch, dass ich in deine Augen und dass du in meine Augen schaust. Weil es da eine Nachricht gibt, die sich überträgt. Simplely put, through the light, I can see your eyes, thanks to the light, but more importantly, I can feel your feelings. Rein, nur durch das Licht, danke, zum Licht, kann ich deine Augen sehen. Aber eigentlich kann ich fühlen, wenn ich in deine Augen, dann, da werden Gefühle transfrontiert. How much I can feel your feelings belongs to this scale of love we started with. Your sister looks you in the eyes and you feel something. Your husband looks you in the eye, you feel something maybe more deep. You look in the eyes of someone on the street, of an unknown person and you feel something as well. The degree of the love you feel is dependent on the energy that's passing between you and another. Der Grad, die Graduierung, wie viel Liebe du fühlst, das hängt wovon ab? From what? Sorry. From the energy, from the energy you receive and transmit. Genau, das ist auch abhängig von der Energie, die sich überträgt zwischen euch. The organ for transmitting and receiving feelings is the heart. Das Organ, was Gefühle überträgt in Form von Aussenden und Empfangen, das ist das Herz. This is for me synonymous with soul. Und das ist für mich ein Synonym für die Seele. But some people are more uncomfortable with heart. Aber manche fühlen sich einfach angenehmer, vertrauter mit Herz. That's fine. The point is that it's made up of the energy of emotion, of feeling, of love. Das Wichtige ist, dass es der Ort ist, der aus Emotionen besteht und der aus Liebe gemacht ist. And the spiritual path that I and some of us here follow called Bhakti-Yoga has a very strong let's say theory about how this works. And it starts with the way that energy flows. Energy in one place this is not energy. Energy always goes from one thing to another. From the microphone to the speaker. From my breath, my lips to the microphone. From my heart to my lips. There's never just energy that is there. It always has an object. It's always given. It's always received. And she is immer empfangen. From one mind to another. From one heart to another. and so forth. So energy is relation. It puts us in relation with others, with other souls, with other objects, with other beings. If you have a relation with anyone, it's because of the energy that's flowing. Anyone. With your cat, with your boyfriend, with your grandmother, with your grandmother. Between you, holding you together, is the energy and it's the energy of feeling. It's the energy of love. If you don't have a feeling about someone you think you have a relation with, you don't have a relation. If you don't have relationship, you don't have a relation. Even a perfect stranger. Someone you meet on the streets. If you didn't have an emotional reaction to this person, you wouldn't even see them. If you have no reaction to this person, you wouldn't have it be like a tree. You would walk around. But what is extraordinary about soul beings, is that we establish immediately with all other soul beings relationships. And all these relationships, no matter which, can be described, should be described, in terms of love. Higher love, pure love, lower love, okay. If I meet you on the street, I feel something. I want to come closer to you. I want to move away from you. I want to introduce you to my mother. I want to marry you. I want you to clean my garden. there's nobody you meet you don't have a feeling with. Every relation is governed by one form of love or another. and here's where we thank our friend for the remark about the waves because these feelings we have in waves. a relationship like a laser beam is a dead one. All my relationships, all our relationships are in waves. They come and go and rise and fall. They're more intense and less intense. Yes, yes, no, maybe. This is how we love, this is how relationships are. If they were always the same, they wouldn't be relations. Almost be like looking in the mirror and seeing the same thing. So, this is what we mean by, this is what I mean when I say that love is the most important energy. And this is what I hear when we chant OM. There are different kinds of energy from electromagnetic to physical to air, to material and to emotional. Bhakti has many ideas about this, like I said. I'll give you just one for a taste before we finish. Bhakti divides energy into three types. Material energy, that would be the electricity going through the wire or the muscles that Sudevi made me work an hour ago. Or when you drive your car in petrol and gasoline. This is material energy. Our bodies are full and our body is filled with it. We count our calories, we're counting energy. Actually, calorie means energy, doesn't it? Yeah. The second type is called subtle energy. This is still in Vedic philosophy. Subtle energy. Feinstoff energy. This is energy we cannot see. It's not material. But it's like material energy. It can get, it goes away. It can be used and consumed. But the material energy will you will will you will it so the examples are intelligence imagination so all the intelligent things I can do with my brain today will disappear when I disappear from this world. Even if I think like I usually do I can write lots of books I realize that the books will disappear too. They turn into dust. The third type of energy is spiritual energy. This is energy that never disappears. It's the energy that came into your body when you were born through your mother and it's the energy that will remain when your body disappears. It's eternal. And the most prominent form of this is the soul or the heart. The soul in Vedic philosophy never dies. It's never born. You in terms of your soul were always there. And you will always exist. And what's really beautiful about this is favorite part is that this means that the person you really love in your life from soul to the soul or maybe the many persons it's okay. you have always loved and you will always love it. Your soul has always loved the soul you love. Maybe you spent a few lifetimes messing around and not finding that soul. and maybe once you had that soul you messed things up and broke up with that soul. But the soul love was always there and will always be there. Okay, I'm going to finish soon. I'm watching the clock. The most important part of the spiritual love, so we have the material, the subtle and the spiritual, the most important part of the spiritual love, I said love, but energy happens. The highest, purest, finest kind of energy in all of Vedic thoughts. It's the energy that gives love. that gives pleasure. It's called Ladini Shakti. Shakti means energy, Ladini means bliss. So the most fundamental energy of all these energies we talked about is the desire to give love. I can argue for hours but I won't that this energy makes everything happen. It makes the poets write the poems it makes the mothers love their children it makes the engineers invent airplanes it makes napoleon want to conquer europe and also aim and the mission of Ladini Shakti of this pleasure giving love and that goal is to love god and all the love we give to our children to our lovers to our project of taking over europe these are all versions of a path towards giving all of our heart and our love to god so the conclusion the message is about bhakti yoga it's double two missions two messages actually the one is that since all love is love for god then we can take god's love for her partner as an example can you explain again please since love for god is the highest goal then we can take the way that god loves as an example for the highest love this is another story for another day but in bhakti god is in a loving love affair beautiful the second consequence the day-to-day consequence in case you think i'm going a bit too much in the clouds falls ihr jetzt denkt ich hebe ein bisschen zu viel ab es gibt jetzt auch noch eine eine konsequenz für den alltag is that every bit of love you feel is a trace of the love you have for god das möchte ich jetzt ausdrücken dass jede form der liebe die du fühlst egal welcher form oder art der liebe das eigentlich eine liebe für god ist from your cat to your lover to your grandmother ob du jetzt deine katze liebst deinen geliebten oder deine großmutter every single feeling of love you have comes from the divine in you jedes einzelne gefühl der liebe was du in dir spürst kommt eigentlich von dem göttlichen Anteil in dir that part of your soul which is the part of god dieser teil in deiner seele der Gott angehört der ein göttlicher Anteil ist and it's directed towards the divine in the other und der richtet sich zu dem göttlichen in dem anderen so when I say I love you also wenn ich sage ich liebe dich which we say often in the modern world das sagen wir öfter in der modernen Welt das sagen wir öfter wenn wir das wirklich meinen ich liebe dich dann hat es eine Bedeutung es bedeutet dass der göttliche Anteil in mir dem göttlichen Anteil in dir liebt ja vielen Dank und das haben wir ja auch ganz bewusst interaktiven Vortrag genannt also in Indien sagen wir dazu den Nektar quirlen wenn wir so einen Vortrag gehört haben das teilen was wir danach machen oder wir lesen gemeinsam etwas kommt auch vor und jetzt das was bei mir aufgetaucht ist als Anfang von einer Frage einer Reflexion einer Erinnerung das jetzt auch einzubringen dann wird sich das einfach nochmal vertiefen und es werden sich andere Aspekte von dem was wir gerade gehört haben noch zeigen und ich werde es tiefer in mein Herz nehmen und dafür ist jetzt Raum wenn du etwas teilen oder auch eine Frage hast oder auch eine Kritik hast oder weil es für alles offen dann ist schön jetzt ist der Raum dafür da und Uda Waffe steht sehr gut Deutsch also ihr könnt die Frage einfach auf Deutsch falls es da nicht klar ist übersetzen auch nochmal eventuell antwortet er auf Englisch und ich übersetze es auf Deutsch also so nur dass ihr wisst ihr könnt einfach auf Deutsch sprechen Ihr Mann war in Deutschland oder? Nein, nein, er war in Deutschland aber von zwei Amerikanern okay, sorry aber er hat in Deutschland studiert er kann Deutsch Besatz, wie es geht wie kann die Liebe die Illusion überwinden welche Illusion meinst du denn? ja, oder Material Life wir sagen wir sagen da sind zwei Energien vielleicht Liebe und Illusion und okay so jetzt Illusion ja wir wissen was das bedeutet ja so bei Illusion in diesem Kontext we mean also bei Illusion in dem Zusammenhang meinen wir die Überzeugung dass materielle Dinge eine ewige Bedeutung haben und die schwierigste Illusion ist dass ich denke ich wäre mein Körper dass ich denke ich wäre mein Geist dass ich eine Bedeutung habe durch mein Einkommen durch mein Haus oder durch mein Auto das versteht ihr das versteht ja wir sagen einfach mal wir alle wir kreieren unseren Selbstwert durch etwas Materielles dass wir denken wir wären oder wir würden aus unseren materiellen Qualitäten bestehen der König von dieser Illusion ist das Ego das ist Ego ich denke ich sehe ich beurteile und ich weiß ich bin verantwortlich ich bin autonom das ist nicht nur eine Tendenz die wir haben das ist in unserer Gesellschaft eingebaut das ist eine Voraussetzung für Demokratie eine Person mit einem Personalausweis kann wählen gehen und da die Stimme abgeben und diese Person ist komplett unabhängig und sie kann selbstständig frei eine Auswahl treffen was sie will und ohne das könnte Demokratie nicht funktionieren wie auch immer das ist eine ganz schön schreckliche Annahme dass alles was du wissen musst um mich zu kennen ist mein Name eine Adresse und ein soziales Nummer das ist mein Name meine Adresse meine Sozialversicherungsnummer mein Income mein Age mein Gewicht mein Alter und mein Einkommen viele Zahlen also viele Zahlen also wenn du jemanden du kennst du kennst die Person sie würden meistens sagen du sagst du den Buch und wenn jemand fragt kennst du den dann würde man sagen ja im Moment ich gucke mal in den Aufzeichnungen anstatt ins Herz zu gucken manchmal ist es eine Kombination von beiden aber das Problem ist dass wir leben wir nicht verstehen wir nicht realisieren dass wir mehr und anders sind als die Person in unserem Passport das Problem ist dass wir leben und dabei nicht realisieren dass wir viel mehr sind als dieser Personalausweispersönlichkeit die Antwort auf diese Frage was leichter zu sagen als zu tun ist ist nicht den Passport zu verbrennen nicht das Auto zu verbrennen nicht den Job hinzuwerfen aber auf einer ganz tiefen Ebene den Unterschied zu verstehen zwischen dir selbst und deinem Ego dich selbst zu beobachten um diese Person die sich in deinem Körper bewegt kennenzulernen ja und wir versuchen das jeden Tag wir gehen auf in der Morgen und sagen was soll ich heute anziehen das machen wir jeden Tag wenn wir aufstehen fragen wir uns was soll ich heute anziehen zu wem sprechen wir da und wer spricht da eigentlich also ich spreche den ganzen Tag zu mir wer sind denn eigentlich die beiden die da das Gespräch führen das eine ist mein Ego das denkt ich bin Autonom und ich folge den Straßenverkehrsregeln und ich bewege mich auf der richtigen Straßenseite following my father's expectations who passed away years ago ich folge obwohl mein Vater schon vor einigen Jahren Körper verlassen hat seinen Erwartungen teaching my children the mathematics that I don't like that's the one person talking and the other person talking is somebody who feels what works and what you are and what you know and what you want das ist eine Person in mir die spricht und dann gibt es aber noch eine andere Person in mir die fühlt so the method is also die Methode is to understand the difference und das ist warum wir im Westen so viele unterschiedliche Meditationspraktiken diese Technik den Geist zu beruhigen es bedeutet man könnte es auch anders ausdrücken bedeutet es das Ego zum Schweigen zu bringen oder ruhig werden zu lassen eine erfolgreiche Meditation ist wenn ich sage bitte sei mal ruhig und lass mich mich selber sein das ist wie wir die Illusion überkommen können loslassen können wenn es still wird im Geist dann kann ich meine Seele spüren weil ich fall da nicht nur rum da ist noch was und das wäre dann dieser super süße Ort wo eine andere Qualität hat ja und wir haben alle diese Erfahrungen brieflich jeden Tag ein Moment von was oh ja oder ein Baum oder eine Blume oder und es ist plötzlich ein Moment der Presence und du sagst oh ja nichts zu be gesagt nur zu sein wir haben alle diese Erfahrungen tagtäglich wo wir zum Beispiel einen Baum oder eine Blume sehen und wo wir einfach nur sind und es gibt nichts weiter an Gedanken oder so wir sind einfach vollständig in dieser Präsenz und so the idea of bhakti is that when we are present to ourselves die Idee von bhakti ist wenn wir wirklich ganz präsent sind in unserem Selbst that presence takes the form of loving others dann nimmt diese Präsenz die Form an andere zu lieben bhakti means practice of loving devotion bhakti bedeutet die Praxis liebende Hingabe auszuleben as I said relate from my soul to your soul so wie ich vorhin gesagt habe ich beziehe mich von meiner Seele zu deiner Seele so in bhakti we have two parts to meditation practice in bhakti haben wir zwei Arten der Meditation the one is to calm the mind the ego die eine ist einfach das Ego zu beruhigen und die zweite ist zu verstehen wie Liebe ist flowing through our soul wenn wir present in it und die zweite bedeutet zu wahrzunehmen zu begreifen wie ist dieser Fluss der Liebe zwischen mir und den anderen und dazu muss ich gar nichts tun das muss ich nur lassen so ist es keine Bemühungen ja wir sagen in bhakti dass die wie du die default position der soul was wir sind wenn wir sind wir sind ist Liebe in bhakti sagen wir die grund position oder grund form der Liebe ist eigentlich die das selbst ist die Liebe dass das selbst reine Liebe ist so you don't it's nothing extra es ist also gar nichts was extra zu erreichen wäre es bedeutet nicht ich bin ich selbst und da muss aber jetzt auch nochmal Liebe dazu kommen sondern es bedeutet ich nehme mich selber wahr als Liebender oder Liebender das bedeutet dass alle Erwartungen dann aufgegeben werden können die materiellen Erwartungen können dann aufgegeben werden das ist natürlich idealerweise ich bin hier ein Kind in diesem Prozess expectations are always being somebody you're not Erwartungen es bedeutet immer dass du jemand sein möchtest dass ich jemand sein möchte der ich nicht bin und wenn ich in der Präsenz von meinem Selbst bin dann gibt es da keine Erwartungen das ist warum es manchmal so schwierig ist in der Gesellschaft zu leben weil das die Wirtschaft permanent Sachen produziert die unsere Wünsche stimulieren etwas was wir haben wollen I thought I was happy yesterday and now I know I need the new Taylor Swift Album gestern dachte ich ich wäre glücklich und heute brauche ich ein Taylor Swift Album und was will es tomorrow ich weiß nicht was es morgen sein wird das ist wie unser Wirtschaftssystem funktioniert dadurch dass wir ständig neue Sachen kreieren die irgendjemand dann kaufen und das kreiert natürlich auch Arbeitsplätze aber genau ich sehe einfach auch die Herausforderung da drin du hast da gesagt dass wir ein Teil der Energie sind die um uns herum überall präsent ist das ist schön aufgezählt sogar mit Licht und Materie ich finde den Gedanken sehr hilfreich sich vorzustellen dass all die Gedanken die man hat also vielleicht auch mal die Vorstellung Erwartungen den Ärger aber auch die Liebe die man in der Lage ist auszuströmen dass das eigentlich um einen herum präsent ist und dass man so mehr von Liebe Erwartungen von anderen Menschen von anderen Menschen von Materie von der Lampe von allem Blumen Holz so wie er durch ihn durchgeht und dass es wirkt und dass ich meine Gedanken auch mische mit also die Energie meiner Gedanken meiner Liebe mische mit dem was um was um mich herum ist das heißt ich kann eigentlich nirgendwo langgehen ohne wirksam zu sein und wenn mir das bewusst ist werde ich wahrscheinlich anders langgehen und denken und fühlen und versuchen zu meiner Liebe zu finden als wenn mir das nicht bewusst ist das fand ich sehr hilfreich vorgegangen auch an der Lampe und solchen technischen Sachen das auch mal zu verbinden wo man sich oft bedroht von fühlt aber dass man eigentlich genau die gleiche Energie ist die da überall auch präsent ist und dass wenn man in seiner Energie ist auch keine Angst haben muss vor den Schwingungen die um uns herum sind das wäre so schön also ich denke ich habe trotzdem immer wieder diesen anderen Gedanken was ist mit dieser ganzen negativen Energie wie Gas we exchanged about this morning we stole the nectar I don't know if you agreed with me my friends my my Gastgeber but I understood we talked about regrets things that foolish things we do in our lives and things we wish we hadn't done we had to we had to do in our life like dumb things we had to do in our energy and I had this image of recycling und ich hatte dieses Bild vom Recycling und was ich dachte war dass in spirituellen Leben kein Abfall gibt und mein Gedanke war dass es im spirituellen Leben kein Abfall gibt und auch der Abfall kann vom Kompost werden und dann auch wieder positiv werden genau wie bei der Illusion ist der Weg da ist zu versuchen zu verstehen wie die Dinge die negative Energie führt uns zu wo wir eigentlich sind zu wer wir eigentlich sind oder kann in der Zukunft oder wie uns das wenn you mean if we repeat this no no how the garbage became compost for our positive lives genau also es geht darum wirklich auf nativen Ebene zu verstehen wie diese negative Erfahrung wie dieser Abfall zu einem Kompost wird aus der eine positive Erfahrung und Haltung erwächst und and how the future foolishness we're going to do und was die zukünftige Freiheit kreieren wird which is guaranteed we're going to das ist ziemlich garantiert dass wenn ich jetzt von mir spreche irgendwann passieren wird und dass auch diese Handlungen in der Zukunft auch eines Tages zu einem Kompost werden die grundlegende Energie im Universum ist eine positive und ich gehe sogar so weit zu sagen dass die grundlegende Energie im Universum dient der Liebe ist das Abenteuer der Existenz ist to see how the road will lead back to the positive the negative things will contribute to the positive universe das finde ich eine unglaublich tröstende Vorstellung super you can see it by you can see it only by the one you can sleep if you hurt yourself and it's blood two hours later it's done next day and you know this by experience it's important there's love there's love you cannot really make a distance to that and by Und solange die Seele im Körper ist, tut sie das auch, wenn sie nicht mehr da ist. Trotzdem bleibt die Wunde offen und alles verfault. Aber es ist alles deine Seele. So sweet. Ja, auch die Energie der Liebe, die heilt. Ja, die Heilung, die kommt vom Heiligen. Ja, ich habe trotzdem, also das hört sich schön an, aber ich glaube auch, dass es wirklich auch erstmal eines Annehmens bedarf über meine Foolishness. Und dass es auch diese Foolishness sehr viele Ebenen hat, auf die ich immer wieder hingewiesen werde. In unterschiedlichen Situationen und Phasen meines Lebens hängt davon ab, wie bereit und fähig ich bin, das wirklich zu erkennen, anzunehmen, zu akzeptieren und mich nicht dafür anzuklagen. Also so sehe ich es, damit es an Post wird. Weil wenn ich in der Abwehr bin oder in der Nicht-Sehen-Wollen, was meine Foolishness ist, dann werde ich immer nur wieder an diese gleiche Situation prallen. Ja, ja. Unfortunately, the variable is time. The variable. I mean, what you cannot control is how long it will take. What we cannot control is how long it will take. But the creation will stabilize itself in positive energy. But the creation will stabilize itself in positive energy. I like the vision from before from you, like waves. When you see the waves, it goes up and then down. Then it goes up and then down. And that's the wave of life in the material nature. So, it makes the wave because of the soul. But it makes waves in the material life. But at the spiritual level, maybe the frequency is so high, that it's not to see as up and down. More as you see the result directly. Because the consciousness is there. Also, dann wirst du Schmerz oder Schwierigkeiten als deine wirkliche Aufgabe erkennen. Und nicht mehr als ein schlecht oder gut oder schlecht. Nicht mehr gut oder schlecht. Sondern du siehst direkt deine Aufgabe, die du hast. Sofort. Und erkennst das an. Das wäre akzeptieren. Vielleicht würde auch Selbstliebe helfen. Wenn ich mich geliebt weiß, ist das schon was Blasphemie, mich dem zu verweigern. Für mich gegenüber. Ja. Und ich finde es nicht falsch. Nein, das ist ja nicht falsch. Also auch gerade mit den Schwächen, mit den Fehlern. Warte du. Ja. Ich glaube, dass wir die Schwäche nicht beschränken sind. Weil wir uns so vielzeil in unsere Gehäuser machen machen, dass wir uns so gut kennenlernen. Wir können unsere Gehäuser passen. Wir können die Schwächen ausfremdeln. Warte du dich, wenn du dich elected wirst. Wir können nicht fühlen, aber wir haben die Gefühle. Wir können uns so ohne Probleme. Wir können uns so bitter, aber wir können es uns doch低. Ich kann Fehler, die mir in meinem Leben passieren, wirklich als Unterstützung nehmen, tiefer in meine Seele zu kommen. Also auch wenn mich jemanden verletzt habe, dann war das nicht schön. Das habe ich auch nicht absichtlich gemacht. Aber ich verstehe mich selbst auf einer tieferen Ebene und ich reflektiere das immer. Ja, okay. Gibt es noch etwas, das gesagt werden möchte, gefragt werden möchte? Ja, ich habe eine Frage mehr. Die Position der Beziehung und Beziehung. Sehr oft sind es separat, aber meistens habe ich das Gefühl, dass es eine ist. Und nicht so separat. Die Haltung oder Position von Geben und Nehmen, das wird oft als getrennt oder unterschiedlich angesehen. Ich habe aber das Gefühl, das ist eigentlich eins, das ist gar nicht getrennt. Wie siehst du das? Wie der Kleppner, der den Wasserfluss reguliert. Wie der Kleppner, der den Wasserfluss reguliert. Und dass es so natürlich ist, dass es so natürlich ist, dass es dann wie ein Geschenk empfunden wird. Ich möchte dich so sehr lieben und wenn du mir die Erlaubnis verteilst, dein Auto zu reparieren, dann habe ich das Gefühl, du würdest mir ein Geschenk machen. Das nennen wir in Bhakti-Yoga auch Dienst und du erteilst mir einen Dienst, wo ich mein Leben fließen lassen kann. Das geht in das große Panorama der selbstlosen Arbeit. Das gibt es auch im Alten Testament und im Islam überall. Das gibt es eben auch im Christlichen, diese Idee von charitable work. Und im Bhakti geht es wirklich ganz stark darum. Wenn du mir die Erlaubnis gibst, dass ich dir lieben darf, dann bin ich sehr glücklich, dann fließt Liebe. Ich habe da ein Beispiel, was ich die Tage erlebt habe. Und zwar wollten wir unsere Bänke wegwerfen, weil das Holz morsch war, Sitzbank. Und unser Nachbar kam, ein älterer Herr, und der sagt, ach, das ist doch für mich wegwerfen, das kann ich doch reparieren. Und jetzt haben wir Holz gesorgt, und er schleift es schon ab, und er will das alles Metall fräsen, und er ist so glücklich. Und ich freue mich so zu sehen, wie er glücklich ist, dass er uns glücklich machen kann. Schön. Ja, dann sagt er, ich habe noch Zeit, ich kann das doch machen, und das ist so. Und dann merke ich auch wieder, wie du es gesagt hast, Mallorin, mir geht es auch so, wenn ich jemandem was Gutes tun will, und dann nimmt das an, dann freue ich mich, dann ist das ein Liebesfluss einfach da drin. Wenn jemandem was sagt, oh nee, lass mal, das ist etwas zurückweist, dann ist auch meine Liebe zurückgeblieben, manchmal in so kleinen Dingen. Und jetzt freue ich mich so, mit ihm morgen an diesen Bänken, er hat so viele Ideen, das ist einfach toll, oder? Das ist Liebesfluss. Auch, das muss nichts Großes sein, das sind einfach die Nachbarn untereinander, die Menschen, die miteinander sind, und Ideen haben, und füreinander was tun. And we all know this feeling. Und wenn ihr das nächste Mal kommt, wenn ihr die Bänke alle gewohnt habt, dann schreibt auch nicht, dann kommt man draußen. Also ich habe auch so, wenn draußen ist, als schwieriger. Glaubt. Sehr glücklich, Schätzen, wenn du solche Nachbarn hast. Ja, ne? Der macht auch jeden Tag krachen, dann schläfst du gewiss. Aber das ist schön. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Ja, das ist schön, was ich jetzt auch nicht. Ja, bis abends, weil wir haben ja so viel Potenzial, jeder in uns. Und wenn das angeschafft wird, und man darf das geben, was man wirklich aus dem Herzen gerne tut, das ist so erfüllend, oder? Ja, klar. Gebraucht zu werden, wirksam zu sein. Und andere glücklich zu machen, dass die Augen strahlen. Ach, das ist schön, ne? Meine strahlen jetzt heute hier bei euch. Ich will es jetzt nicht trüben, aber ich finde auch, dass man so aus den kleinen Dingen so die Kraft zieht fürs Leben. Aber eine Frage hätte ich dann schon noch, weil es ja doch nicht lügen, um zu übersehen, dass es so ganz viele Wasserrohre zu reparieren gibt. Also wenn man so durch die Welt geht und guckt und sieht die verletzten Seelen und die Seelen sich so gefühlt in Kreise drehen und eben nicht zu ihrer Selbstliebe finden, das zu beurteilen, für mich steht mir zwar nicht zu, aber ich empfinde oft, dass viele Leute so nicht zu sich finden und nicht wahrnehmen, in welcher Welt sie eigentlich leben. Und viele Dinge tun, wo ich denke, das sind alles so kaputte Wasserrohre, die ich jetzt reparieren muss. Und ich kann es aber nicht. Ich muss aushalten, dass ich Dinge nicht reparieren kann. Und vielleicht kannst du etwas noch mal sagen. Did you understand? Yes. Wie ist das ein Brüder? Ja, wie mein Brüder? Ja, wie mein Brüder? Es kommt nicht aus einem... Ja, André, ich bin mit dir kompastisch. Ich habe mitgefühlt. Es geht hierbei nicht darum, dass du eine Pflicht oder eine Verantwortung bekommst. Im Gegenteil. Wenn es eine Pflicht oder eine Verantwortung bekommst, dann würde es keinen Effekt haben. So, if I should fix the car. Also, wenn ich das sollte, sein Auto zu reparieren. Oder have a guilt feeling or some sort of responsibility. Oder wenn ich mich schlecht fühlen würde, wenn ich es nicht täte, weil ich mich verantwortlich fühle. Oder, worst of all, if the state, or even worst of all, if God wanted me to fix his car. Oder im schlimmsten Fall, wenn Gott von mir verlangen würde oder wollte, dass ich sein Auto reparieren. Dann würde mich das von der Liebe in mir wegziehen. Ja. So, it has to be in this mood of the pleasure of doing it. Es muss in dieser Stimmung sein, dass ich die Freude daran habe, es zu tun und dass ich das, was ich tue, aus Liebe tue. It's a little, it's not a trust. Ja, aber ich muss dann halt auch aushalten, wenn ich in meinem Garten ein Blümchen rette und das vom Weg jetzt ins Beet pflanze, muss ich aber auch aushalten, dass wenn ich den Garten mache, dass ich ganz viel im Garten noch zerstöre, indem ich ihn gestalte. Und wenn ich halt durchs Leben gehe, wie unsere ganzen Kriege, Klima, Wandel und so weiter möchte, dann möchte ich natürlich etwas tun. Ich will nicht die Verantwortung für alles übernehmen, aber ich will doch gerne manchmal mehr tun, als ich denke, dass ich tun kann. Ja, und das ist schon dann, ja, eine Schwierigkeit, das auszuhalten, dann wieder zurückzukommen und sich sagen, okay, ich muss jetzt nur bei mir sein, ich muss mich selbst lieben, ich will mich selbst lieben, ich will beliebend durch die Welt gehen und eine Ausstellung haben, dass andere Menschen davon sich nähren können. Und ich kann das ganz konkret mit meiner Familie tun, mit dem Pflegekind, sonst macht auch nicht alles richtig, aber ich will immer im Prinzip mehr tun, als ich kann. Und das ist, äh, schwierig. Aber das würde ich total gerne sagen, dass ich das total schön finde und sehr, sehr wertschätze, dass was du tust und alles, was du bisher Positives getan hast, war so ein großes Geschenk. So, dass ich mir wünsche, dass ich mir wünsche, dass es von dir noch viele Menschen gibt, so, und, äh, dass du dich selbst, aber auch alle für das, was du schon getan hast, auch anerkennst, wünsche ich mir auch. Und, äh, ja, ich finde das toll. Wow, danke. Agreed. Das bedeutet, der weise, der leidet nicht, denn er leidet, weil die anderen leiden. Wie, der weise leidet nicht? Er leidet nicht, weil du leidest. Sehr unverstanden. Bei ihm ist dem alle nicht leiden, ja. Aber er leidet, weil die anderen leiden. Ach so. Aus Mitgefühl. Ja. Ich frage mich. Aber Mitgefühl ist ohne Leiden. Hm, guter Punkt, ne? She says compassion. Es ist mit Leiden, Mitgefühl und Mitleiden. Unterschied. Ja, sehr gut. Klappt noch nicht immer, ne? Also, ich glaube, das ist eine Inspiration dazu. Wenn jetzt zum Beispiel du eine tiefe Partnerschaft hast, ne? Und dein Ehemann würde jetzt gerade vielleicht eine Schwerkrankheit kriegen oder so, ne? So, ich glaube schon, dass man in dem Moment auch mit leidet. Und sogar bereit ist, bereit ist, Ja zu sagen aus der Liebe zu dem Leid, was da geschieht. Ja, einfach grundsätzlich. Also nicht zu leiden, um des Leidens willen, ja? Aber zu leiden, um des Mitgefühls wirklich willen, bedeutet, ich kann dich im Teil tragen in der Zeit. Ich will dich im Teil dabei tragen, weil ich die Kraft habe, dein Leiden spüren zu können. Es wirklich fühlen zu können. Das meine ich so. Und das kann ja manchmal auch ein bisschen leidvoll sein. Also du sagst dann, oh, mein Muskel, wie viel ich tragen kann, hier trainiere ich jetzt so lange, wenn ich es noch kann. Und das ist auch ein Teil der Liebe, glaube ich sogar. Nicht bei den Schmerzen direkt abzuhauen, sozusagen, und wegzureiben, weil es jetzt weh tut. Sondern, boah, ich kann auch mittragen hier. Und das tut mir vielleicht auch sogar weh. Aber ich bestimme, bis wo ich es tue, ganz bewusst. Ich glaube, ich habe eine andere Auffassung davon. Wenn ich mitleide, gehe ich aus meiner Kraft. Und ich brauche diese ganze Kraft im Mitgefühl für die Person, um sie zu begleiten. Und wenn ich ins Mitleid gehe, dann haue ich ab. Ja, ja. Genau. Ja. Also, das verstehe ich auch. Zu sich selbst, zu dem anderen. Wir vermischen es oft, finde ich. Ja. Aber es ist für mich so, dass ich sage, wenn ich ins Mitleid gehe, gehe ich komplett aus der Kraft. Dann bin ich nicht wirksam. Ich kann nicht helfen. Ja. Das ist nicht berührt. Das ist nicht tief berührt. Keine Frage. Ja. Vielleicht muss man aber auch beides. Wenn es sich tief berührt, dann leitest du auch im Moment vielleicht mit. Und dann im anderen Moment findest du auch wieder zu deiner Stärke zurück. Das sind ja die Wellen, die wir haben. Es geht dann auf und ab. Und es geht einem wunderbar. Und dann geht es einem oftmals nicht schlecht. Zertag kann man herzlichen Zertag auch. Ich muss gerade von mir gerade was erzählen. Das passt. Mein Herz klopft jetzt zutat. Das habe ich auch viele Jahre probiert. Ich komme mir auf die Tränen. Meine Tochter. Ich habe versucht, die Späne nicht stark und so. Ich habe acht Jahre versucht, sie vor dem Leid von mir aufzuhalten. Letztes Jahr konnte ich es nicht mehr. Das Leid ist schlimmer geworden bei mir. Leid ist ja auch definitiv. Und dann hat sie es geschafft, mich zu erreichen. Das ist so wert, so toll. Zu erreichen? Mit, dass ich sie sehen kann. Wow, du bist ja da für mich. Das hat mir die Socken weggehalten. Es ist nicht gerade eine einfache Schwingung zwischen ihr Mann und mir. Es sind einfach diese uralte Seelen. Wir gehören zusammen. Das finde ich eine große Aufgabe. Aber ich kann nur Liebe geben. Und wenn ich Liebe gebe zu mir selber, dass ich für mich entspannt in die Akzeptanz komme meiner Symptome, die ich habe seit Jahren. Und das ist so loslösend. Das macht so viel Liebe und Freude in der gesamten Familie, dass ich das kein Konzept mehr von irgendwas, ich meine, ich will es nicht angeben. Aber ich habe die größten Erfahrungen meines Lebens im letzten Jahr gemacht. Mit Symptomen, die sehr kompliziert sind. Aber ich muss sagen, wie ich hier sitze, wow, wo ist das Ende? Das Leid wirklich zu sagen, hey, was kann denn jetzt noch schlimmer werden? Ich habe noch letztes Jahr einen Rotschirur gefahren in der Klinik. Und dann sage ich, okay, ich bin jetzt ein Jahr später hier mit dem Auto gekommen. Also das ist so, das war meine Tochter, die hat das geschafft, mir jetzt endlich zu zeigen, dass Liebe keine Grenzen hat. Die kommt aus einer ganz anderen, für mich sehr akrobatischen Region. Aber genau das hat sie mir gespiegelt letztendlich, als ich das für mich verstehen konnte. Ich will jetzt nicht so die ganze Geschichte, aber es ist tatsächlich hier jetzt für mich so ein Thema, was ich so sagen wollte. Ich wollte das nicht, ich wollte nicht, dass sie, dass sie, nee, dass das Leid von mir, nee, und das habe ich, das ging nicht. Sie fühlt einfach nur mit, sie leidet tatsächlich mit, aber wir beiden sind stärker danach, also alle. Aber ich glaube, es sind viele Begriffe, die wir auch tatsächlich unterschiedlich auch haben. Wir füllen sie ja nur mit unserer eigenen Emotionen und Erfahrungen. Ich fühle mich sehr befreit von Theorien und Visionen und Begriffen. Ich glaube, das macht es hier so schön. Ich bin total begeistert, heute hier zu sein, weil das nur im Gespräch steht. Wir können sie austauschen durch unsere Augen, durch unsere Impulse, Exploration. Also, danke. Ich glaube, wir kommen immer an unsere Grenzen. Also, ich merke das immer wieder auch. Ich komme manchmal auch in den Hut, wenn ich was sehe oder mit mir, weil ich nicht nur Liebe und Mitgefühl, ich kenne auch das so wütende Gefühl die letzte Zeit, wenn ich Mütze beobachte. Aber ich habe auch dann nicht immer die Energie, wirklich irgendwie was zu machen. Und es ist ja so ein hin und her und es macht uns ja auch aus. Und es hilft, sogar das hilft manchmal, Dinge zu erkennen und bewusster wahrzunehmen. Und das zu akzeptieren, dass das auch dazugehört. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zwischen Mitgefühl und Mitleid zu unterscheiden. Denn ich glaube, das war gerade hier Teil von eurer Diskussion. Und ich glaube, dass das nicht sehr wichtig ist. So ein bisschen Guevur, das war gerade bei euch. Und wir können uns das ein쉽り raus gehen. Aber ich glaube, dass es das ist, bei близ came源 zu unserem Armist ISO.